Hi, ich bin Patrick, euer Personal Trainer. Ich stelle euch heute wieder eine überragende Kraftstation vor. Genauer gesagt eine ganze Serie davon. Die Outtark-Serie von Finlow. Von der Outtark 1500 bis hin zu der Outtark 2600. Die Serie beinhaltet vier verschiedene Modelle. Welche Möglichkeiten, welche Vorteile und welche spezifischen Trainingsmöglichkeiten wir hier haben, das stelle ich euch alles in diesem Video vor. Und hier ein kleiner Overview über alle Modelle. Fangen wir mit der Basis an, mit der Outtark 1500. Mit der Outtark 1500 können wir schon eine Vielzahl an Übungen für unseren ganzen Körper absolvieren. Zudem können wir noch mit der Outtark 1500 ein zusätzliches Modul hinzufügen. Das heißt in Form von einem höhenverstellbaren Zugturm. Hierbei sprechen wir dann von der Outtark 2200. Wem das noch nicht genug ist, kann in Form von einer seitlichen Beinpresse, kann den Fokus noch mehr auf den Unterkörper, auf den Lower Body legen. Hier sprechen wir dann von der Outtark 2500. Wer anstelle der Beinpresse eher den Fokus auf den Bauch und auf den unteren Rücken legen möchte, der hat jetzt die Möglichkeit mit der Outtark 2600 einen seitlichen App- und Backtrainer zu integrieren. Aber jetzt schauen wir unsere Outtark 1500 an im Detail. Schauen wir uns gemeinsam die technischen Fakten mal genauer an. Wir brauchen hier lediglich eine Deckenhöhe von 2,20 Meter. Denn das Gerät misst in der Höhe 2,15 Meter. Zur Fläche ist noch zu sagen, dass wir hier eine Quadratmeterzahl von 4 Quadratmetern benötigen. Ausgelegt ist das Ganze für ein Körpergewicht bis zu 120 Kilogramm und eine Körpergröße bis zu 2 Meter. Also meiner Meinung nach sagt es schon sehr viel über die Robustheit aus dieses Geräts. Wir arbeiten hier mit einem Gewichtblock, mit einem Steckgewichtsprinzip bis zu 80 Kilogramm. Und das ist für jeden ambitionierten Kraftsportler völlig ausreichend. Da zähle ich mich definitiv mit rein. Falls es doch nicht reichen sollte, gibt es auch die Möglichkeit noch aufzurüsten mit 4 x 5 Kilogramm Scheiben. Dann haben wir also insgesamt ein Gewicht von 100 Kilogramm. Sensationell. Das Ganze wird abgerundet. Die Outtark 1500 mit einem sehr schlichten, minimalistischen Design in der Farbe Schwarz. Andrazit. Und das ist in jedem Home-Chimp ein absoluter Blickfang und ein Hingucker. Kommen wir jetzt aber zu dem absolut Wichtigsten. Was und wie können wir an der Outtark 1500 trainieren? Wir haben hier verschiedene Seilzüge. Einmal einen Seilzug von oben, einen Seilzug von der Mitte und einen Seilzug von unten. Fangen wir aber jetzt erstmal mit dem Seilzug von oben an. Mit dem Seilzug von oben können wir mit der mitgelieferten Latzugstange unseren gesamten Rücken trainieren. Mit dem absoluten Klassiker, jeder kennt es vermutlich, den Latzug. Latzug zu Brust ziehen oder Latzug in den Nacken. Genau. Aber wir können ja nicht nur den gesamten Rücken hier trainieren, sondern auch verschiedene Varianten. Wie zum Beispiel Trizeps drücken im Stehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Kommen wir jetzt zu unserem Seilzug von der Mitte. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit endlich unseren Bauch mit Zusatzgebicht zu trainieren. Also das heißt, im Sitzner Crunches plus Zusatzgebicht. Hier fordern wir richtig mal unsere Bauchmuskulatur. Aber auch gibt es hier das Trizeps drücken. Overhead, also im Sitzner, kriegen wir ganz isoliert nochmal mit der Übung unsere Oberarmrückseite. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Facepulse im Stehen zu trainieren und zu absolvieren für unsere hintere Schulterpartie. Aber wie gesagt, es gibt noch viele weitere Übungen. Kommen wir jetzt noch zu unserem Seilzug von unten. Hier gibt es auch eine Vielzahl an Übungen, welche wir hier absolvieren und trainieren können. Der absolute Klassiker können wir hier trainieren. Auf jeden Fall den Bizeps Curl für die Oberarmvorderseite. Mit dazu kann man noch trainieren, zum Beispiel jetzt hier die Schultermuskulatur in Form von aufrechtes Rudern im Stehen. Dann gibt es noch eine Sache, finde ich absolut mega, dass wir die hier machen können. Die Fußklappen können wir hier hochklappen, dass wir das Rudern im Sitzen hier auch noch absolvieren können für unsere Rückenmuskulatur. Sensationelles Gadget. Kommen wir jetzt zu dem absoluten Herzstück der Autark 1500, nämlich zu unserem Push-Modul. Hier können wir zwei Übungen absolvieren und zwar Bankdrücken und Butterfly. Wofür ist Bankdrücken? Einmal für die gesamte Brustmuskulatur, für die voluminöse Brust. Kommen wir zu der zweiten Übung, Butterfly. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, mit dem Butterfly die Brustmuskulatur, die äußere Brust zu treffen, mit der Fünffachverstellung, dass wir hier eher den breiten Butterfly absolvieren können, aber auch den engen Butterfly. Und somit treffen wir die gesamte Brustmuskulatur. Um das Ganze abzurunden, hat die Autark 1500 auch noch ein Beinmodul. Hier können wir perfekt unsere Beine noch trainieren. Somit ist die Autark 1500 eine perfekte Ganzkörperkraftstation. Aber was können wir jetzt überhaupt an dem Modul trainieren? Wir können hier unsere Oberschenkelvorderseite trainieren mit unserem Beinstrecker. Hier kriegen wir perfekt die Oberschenkelvorderseite. Aber auch gibt es die Möglichkeit, hier die Oberschenkelrückseite zu trainieren in Form von Beinbeuger. Den können wir entweder im Sitzen hier trainieren, aber auch, was ich sehr bevorzuge, hier einmal im Stehen. Und das finde ich sensationell, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Kommen wir jetzt zu der Einstellung der Sitzposition. Hier bietet die Autark 1500 uns die Möglichkeit, dass wir die Sitzhöhe einstellen. Aber auch die Rückenlehne können wir ganz individuell in der vertikalen Höhe einstellen. Und auch noch hier im Neigewinkel. Daraus folgt, dass wir einfach ganz individuell, je nach Körpergröße, uns an jede Übung anpassen können. Haken wir jetzt die Autark 1500 ab und kommen jetzt zu der Autark 2200. Und wie unterscheiden die Zweikraftstationen sich? Der wesentliche Unterschied zwischen der Autark 1500 und der Autark 2200 ist jetzt nun, dass wir hier einen integrierten, höhenverstellbaren Zugturm verbaut haben. Der höhenverstellbare Zugturm, mit dem haben wir jetzt noch mehr die Möglichkeit, unsere Muskulatur noch individueller zu trainieren. Der Zugturm bietet uns die Möglichkeit, den seitlichen Kabelzug auf jede gewünschte Höhe zu positionieren. Und eröffnet uns somit eine noch breitere Welt an freien Übungen, welche wir hier absolvieren können. Was mir persönlich an dem Kabelzug der Autark 2200 besonders gefällt, ist, dass sich das Modul frei schwenken lässt. Das heißt, wir haben somit die Möglichkeit, in jede Zugrichtung zu trainieren. Zusätzlich haben wir hier jetzt die Möglichkeit, an der Autark 2200 mit zwei Kabelzüge zu trainieren. Bei der Autark 1500 haben wir die Möglichkeit, nur mit einem Kabelzug zu trainieren. Und das finde ich persönlich sensationell. Somit haben wir die Möglichkeit, ein bilaterales Training zu absolvieren. Das heißt, dass wir ein Seitenabwechselndes Training hier absolvieren können. Und was das heißt, zeige ich euch jetzt. Das war jetzt die Autark 2200. Jetzt kommt die Autark 2500, wo ihr noch mehr den Fokus auf den Unterkörper legen könnt. Fangen wir an. Wie wir hier jetzt sehen können, haben wir hier bei der Autark 2500 ein weiteres Modul verbaut. Nämlich eine hochwertig integrierte Beinpresse. Diese Beinpresse funktioniert mit demselben Gewichtsblock wie die anderen Kabelzüge auch schon. Mit der Beinpresse ist ein ganzheitliches Beintraining möglich. Und ist eine perfekte Ergänzung zu dem Beinstrecker und Beinbeuger, welcher ja bei dem Basismodul, bei der Autark 1500, auch schon dabei ist. Wie ich vorher schon erwähnt habe, wir können ein ganzheitliches Training hier absolvieren mit der Beinpresse. Weil wir haben auch noch hier die Möglichkeit, unsere Waden zu trainieren. In Form von Wadenheben im Sitzen plus Zusatzgewicht. Wirklich sensationell. Das war es jetzt mit der Autark 2500. Wer jetzt sagt, er möchte seinen Fokus jetzt nicht unbedingt auf den Beinen haben, sondern eher auf den App- und Backtrainer, der ist jetzt bei der Autark 2600 genau richtig. Weil da behandeln wir das Thema, jede kennt es, Rückenschmerzen oder fehlende Rumpfstabilität. Und was das genau heißt, das schauen wir uns jetzt an bei der Autark 2600. Legen wir los. Wie wir hier sehen können, haben wir jetzt anstelle der Beinpresse ein neues Modul integriert. Und zwar unseren App- und Backtrainer. Das ist das Merkmal der Autark 2600. Hier können wir ganz isoliert auf unsere Bauchmuskulatur, aber auch auf unseren unteren Rücken mal eingehen. Ganz isoliert, wie gesagt. Hier können wir endlich mal die Desbalancen und die Defizite reduzieren und minimieren. Wie wir das Ganze machen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam zusammen an. Jetzt haben wir uns mal die Autark Serie mal genauer angeschaut. Von der Autark 1500 bis hin zu der Autark 2600. Was bleibt mir jetzt unterm Strich noch zu sagen? Und zwar, dass die Autark 1500 eine perfekte Basis ist für ein Ganzkörper-Krafttraining. Für jeden, der ein freies Training an der Kraftstation haben möchte, der ist bei der Autark 2200 perfekt aufgehoben. Mit dem integrierten, höhenverstellbaren Zugtirm. Wer jetzt aber seinen Fokus eher mehr aufs Beintraining legen möchte oder auf den Rumpf oder auf den Rücken, der ist auf jeden Fall hier angehalten, dass er sich eher genauer die Autark 2500 oder die Autark 2600 sich mal anschaut. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Habt mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bleibt mir am Ball und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Euer Coach Patrick. Macht's gut.